Kommen wir zum gestrigen Unfall. Die Nachricht hat schnell die Runde gemacht und viele Eisenbahner emotional getroffen. Bei einem S-Bahn-Unglück nahe München ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Horror mitten in der Rush Hour. In Schäftlern bei München krachen am Montagnachmittag zwei S-Bahnen ineinander. Unfälle können immer, überall und ohne Vorwarnung passieren. Beispiel, du siehst morgens eine Person, die du sehr magst. Und am Abend steht die Polizei vor der Tür mit der Hiobsbotschaft. Die Eisenbahn bleibt nicht davor verschont. Eschede, Stuttgart und viele mehr. Wenn ein Zusammenstoß droht, hat der Lokführer nur Millisekunden Zeit zu handeln. Der gestrige Unfall wirft viele Fragen auf. Ich werde das Thema angehen und eine vermutliche Ursache nennen. Unabhängig wie weit die Ermittlungen der BEU sind. Der eine oder andere wird nicht erfreut sein und das Video kritisieren. Wenn das so ist, kann ich nur Verständnis zeigen. Auf der anderen Seite ist das Interesse sehr groß. Wir wollen oder viele von uns wollen einfach wissen, wie es dazu kam. Jene, die Theorien und Thesen vermögen, sind nicht sofort mit Sensationsgeilheit gleichzusetzen. Wir wollen uns selber die Frage beantworten. Wie konnte das passieren? Nehmen wir ein Beispiel. Ein Flugzeug stützt ab. Was geht dir in diesem Moment durch den Kopf? Ganz einfach. Wie ist das passiert? Und für Viehflieger kann es auch bei meinen nächsten Flügen passieren. Eine Sache aus Angst und Neugier, ohne in die böse Ecke gestellt zu werden. Warte doch ab. Wieso gibst du unnötig deinen Senf dazu? Da wird doch ermittelt. Ist kein Grund für Verurteilungen. Aus diesem Grund basiert das Video auf Vermutung und bereitgestelltes Material. Fangen wir an. Der Unfall eignete sich in Ebenhausen-Schäftlahn. Die Strecke am Unfallort ist eingleisig. Das bedeutet, ein Zug hat nicht das getan, was es sollte. Schauen wir uns zunächst das Streckensystem und die zuständigen Fahrdienstleiter an. Die Strecke wird mit einer Gleisfreimeldeanlage Typ-Gleis-Stromkreise betrieben. Im nächsten Video könnt ihr die Gleisfreimeldeanlagen und ihre Funktion anschauen. Kurz erklärt, im Gleisabschnitt fließt ein Rohrstrom, wortwörtlich. Dieser fließt hin und her, hin und her, von Anfang des Abschnitts bis zum Ende des Abschnitts, hin und her. Dadurch wird dem Fahrdienstleiter die Freimeldung signalisiert. Sobald jedoch eine Achse auf dem Abschnitt ist, unterbricht der Stromkreis und der Fahrdienstleiter bekommt die Besetztanzeige. Ist der Abschnitt frei von Achsen, kann der Strom wieder wie gewohnt fließen, hin und her und die Freimeldung anzeigen. Die Strecke ist als Hauptbahn klassifiziert und nach Fahrdienstvorschrift 408 anzuwenden. Die Strecke besitzt Hauptsignale. Zwei Stellwerke sind involviert. Einmal das Stellwerk in Wohlfahrtshausen und das Stellwerk Hüllregelskreuz. Wieso, fragt ihr euch? Da es zwischen den Stellwerken eine technische Erlaubnisabhängigkeit gibt, ist es nur möglich, ein Ausfahrsignal auf die freie Strecke auf Fahrt zu stellen. Quasi, wenn in Ebenhausen-Schäftladen ein ASIC auf Fahrt steht, sind die ASICs in Bayerbrunn in diese Richtung unter Verschluss und andersrum. Und du kannst ein Hauptsignal auch nur in Fahrt stellen, wenn du quasi die technische Erlaubnis dazu hast. Gegenseitige Absicherungen bei eingleisigen Strecken. Das sind Fahrdienstleiter-Themen, da bin ich nicht gut bewandert. Fahrdienstleiter können mich hier korrigieren oder ergänzen. Daraus ergibt sich eindeutig die fehlerfreie Funktion der Sicherheitssysteme. Fehlerfrei bedeutet auch, in Störungsfällen eine Sicherung zu gewährleisten. Sobald ein Abschnitt gestört ist, bekommt der Fahrdienstleiter das mit und die Signale können nicht in reguläre Fahrtstellungen übergehen. Nachdem ein Zug, genauer gesagt der 6776, regulär gefahren war, hätte der andere Zug, genauer gesagt der 6785, keine Möglichkeit, einen Fahrtbegriff wie HP1 oder HP2 zu erhalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, an einem halbzeigenden Signal vorbeizufahren. A. Durch Zusatzsignale wie ZS1, ZS7, ZS8 ergibt in diesem Fall aber keinen Sinn. ZS12 würde Sinn ergeben, wenn der Fahrdienstleiter mündlich oder fernmündlich zugestimmt hätte, was nicht der Fall war, weil bereits eine Zugfahrt aus der anderen Richtung stattfand. Oder der Fahrdienstleiter diktiert einen Befehl Nummero 2, Zugvorbeifahrt an einem halbzeigenden Signal. Wir können uns den Befehl gemeinsam anschauen. Sie dürfen vorbeifahren, weiterfahren nach Vorbeifahrt. Hier wird das Signal genau benannt. Meistens mit Buchstaben und Zahlen. Das sieht beispielsweise so aus. Sie dürfen vorbeifahren am, den Rest streichen wir, in Signal und so weiter kommt, ähm, ASIC, dann die Bezeichnung, ähm, P21 und das im Bahnhof Ebenhausen. Eventuell noch mit 2.1. Nach neuesten Erkenntnissen und diversen Bestätigungen ist die Ursache, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, eindeutig, klar. Es war menschliches Versagen. Leider. Der Lokführer des Zuges 76085 ist unzulässig am halbzeigenden Hauptsignal in Ebenhausen abgefahren. Nach detaillierten Informationen erhielt der Lokführer 76085 in Ebenhausen einen Befehl. Dieser Befehl war nur nach Punkt 8 und 12 gültig. Wenn wir uns das anschauen, gilt Punkt 8 nur zur Sicherung von einem oder mehreren Bahnübergängen. Der Lokführer hält vor dem ihm zugetragenen Bahnübergängen und sichert sie mehr nicht. Punkt 12 weist auf eine reduzierte Geschwindigkeit oder Fahrt auf Sicht hin. Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten. Wir haben einen Vordruck mit zwei Situationen. Befehl 2 ist nicht dabei. Somit durfte der Lokführer 76085 die Fahrt nicht beginnen. Während der Zug 76085 den fatalen Fehler begann, ein halbzeigendes Signal unzulässig zu befahren, fuhr der verspätete Gegenzug 76076 wie gewohnt weiter. Die Signale zeigten Fahrt. Das Sicherheitssystem griff noch nicht ein. Wechsel. Der Lokführer des Zug 76085 erhielt nach Abfahrt am Hauptsignal durch einen 2000 Hz Magneten eine Zwangsbremsung. PZB-Magnete dienen dazu, ob ein halbzeigendes Signal überfahren wurde, ob Geschwindigkeitsbeschränkungen eingehalten werden, sowie ob der Triebfahrzeugführer-Lokführer fahdeinschränkende Signale wahrnimmt und mit Betätigung der Wachsamkeitstaste quittiert. Hier kommt die nächste Kuriosität. Wenn der Lokführer fälschlicherweise den Befehl 2 als erhalten sah, wieso bekam er eine Zwangsbremsung? In diesem Fall müsste er die Befehlstaste betätigen, um die Zwangsbremsung zu umgehen. Anscheinend hatte er überhaupt nicht realisiert, dass das Signal auf Halt stand und ist wohl vom Fahrtbegriff ausgegangen. Traf dieser Fall zu, und das bekommen wir in der Ausbildung tausende Male zu hören, hätte er sich beim Fahrdienstleiter melden müssen. Denn Zwangsbremsungen an Hauptsignalen sind immer mit dem Fahrdienstleiter abzuklären und nur mit einem schriftlichen Befehl weiterzufahren. Da kann der Fahrdienstleiter den schlechtesten Tag erwischt haben und grollig sein. Das ist uns Lokführern egal. Wir fahren nur weiter, wenn wir einen Befehl erhalten. Da kann der Fahrdienstleiter uns die Fahrstraße bis nach Barcelona stellen und gemeinsam mit Jesus Christus versprechen, dass das Signal auf Fahrt ist und in Ordnung. Es juckt uns nicht. Weiterfahrt nur mit Befehl. Hier blieb die Reaktion aus. In dem Moment, wo der Zug 6785 am Hauptsignal vorbei fuhr, griff die Streckensicherung ein. Die Signale auf der Strecke fielen schlagartig auf Halt. Zwei Fahrzeuge auf einem Abschnitt? Ah ah, dachte sich das System. Hier ein Video von der Originalstrecke. Das Video stammt von einem Kollegen, der die Mitfahrt vor einigen Jahren aufgenommen hatte. Das können wir uns zur Veranschaulichung nutzen. Please exit the train on the right. Hier sind wir ausnahmsweise der 6785. Am Vorsignal erhält der Zug langsam Fahrt erwarten. Es folgt ein Wiederholer vom Vorsignal. Erkennbar an dem Zusatzlicht oben am Signalschirm. Meistens stehen Wiederholer an unübersichtlichen Gleislagen. Und da kommt das Einfahrsignal. Wie die Vorsignale bereits signalisiert haben, hier sehen wir die Langsamfahrt HP2. Am Unfalltag zeigte das Signal Halt, HP0. Aber wie kann das sein? Und wieso hat der 500 Hz Magnet keine Zwangswamsung ausgelöst? Ganz simpel. Der Gegenzug 6785 überfuhr das Hauptsignal, nachdem der 6776 den Magneten bereits befahren hatte. So, das Signal zeigte Halt. Der Lokführer vom 6776 kam erst nach dem Einfahrsignal zum Stehen. Der Zug wird, am besten mit Unterstützung des Lokführers durchsanden, bis zum Stillstand gebremst. Der Zug 6776 steht. Zwischen wir rüber zum 6785. Der Lokführer hatte sich nicht an geltende Richtlinien gehalten und löste als Zusatz eine weitere erhebliche Betriebsgefahr aus. Er hatte sich mit der Freitaste befreit. Die Freitaste darf in bestimmten Fällen wie bei Fahrtbegriff über 30 kmh im Startprogramm oder, wenn sich in den nächsten 550 Met kein 500 Hz Magnet befindet, verwendet werden. Der Zug 6776 stand unmittelbar vor seinem Fahrweg. Der Lokführer 6785 beschleunigte auf Fahrplangeschwindigkeit. Völlig unverständlich. Gehen wir davon aus, er hatte einen zulässigen Befehl 2 erhalten, also einen besonderen Auftrag. Dann hätte er sowieso nicht schneller als 40 kmh fahren dürfen. Kurios. Der Lokführer beschleunigte aber. Später stellte sich raus, die Geschwindigkeit ging bis auf 70 kmh hoch. Wechseln wir auf den Zug 6776. Der Zug steht und der Kollege handelte vorbildlich. Er rief den Fahrdienstleiter an. Wie können die Vorsignale Langsamfahrt erwarten zeigen und das Hauptsignal auf Halt gehen? Das musste abgeklärt werden. Während der Kollege den Fahrdienstleiter im Ohr hatte, um die Sache abzuklären, sah er den Gegenzug. Die letzten Worte. Schhh. Da ist ein Zug vor mir. Das Gespräch bekam der Fahrdienstleiter live mit. Die Aufprallgeschwindigkeit betrug 57 kmh. Nach aktuellen Erkenntnissen soll sich der Unfall so zugetragen haben. Meiner Meinung nach hätte der Unfall, wenn es sich so abgewickelt hat, verhindert werden können. Hundertprozentig. Wir bekommen so oft zu hören, bevor du abfährst, hast du die Signalstellung eindeutig zu erkennen. Manche Unternehmen gehen sogar so weit, Weisungen zu erstellen, Federspeicherbremsen anzulegen oder den Richtungsschalter auf M zu stellen, sobald HP 0 ist. Dadurch soll ein plötzliches Abfahren ohne Erkennen der Signale durch Monotonie hervorheben. Der Befehl wurde falsch interpretiert. Es lag kein schriftlicher Befehl zur Vorbeifahrt am Hals zeigenden Signal vor. Es wurde kein Kontakt zum Fahrdienstleiter aufgenommen und schlussendlich der Genickbruch den 2000 Herzmagneten ignoriert und befreit. Wir Lokführer haben eine Verantwortung zur sicheren Beförderung von Mensch und Ware. Die Fahrgäste vertrauen uns. Durch uns können sie ihre Liebsten sehen, mit den Besten trinken gehen oder einfach nur rumfahren. Wenn wir es nicht immer gezeigt bekommen, im Inneren verlassen sich die Bahnfahrer auf uns. Diese Fehler dürfen nie im echten Leben passieren. Höchstens auf Simulatoren. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen und stets die Umgebung im Auge behalten. Wir werden dafür bezahlt. Ich wünsche den verletzten Lokführern und Fahrgästen als baldige Genesung und den Hinterbliebenen des verstorbenen Fahrgastes unser tiefes Mitgefühl. Ein 24-jähriger Mann musste für den Fehler mit seinen jungen Jahren bezahlen. Danke an die Einsatzkräfte und Helfer vor Ort. In internen Eisenbahnergruppen ließ sich vermehrt, dass durch zu schnelle Ausbildungen Quereinsteiger Schwächen zeigen. Quereinsteiger haben im Schnitt 9 Monate Zeit, um die ganze Eisenbahn runterzuwürgen und sinngemäß wiederzugeben. Ob das der Grund war, darüber lässt sich streiten. Viele Quereinsteiger verstehen die Eisenbahn auf Anhieb und sind teils besser dran als Eisenbahner im Betriebsdienst. Andere hadern noch mit Problemen und das nach der Abschlussprüfung. Ich durfte es live miterleben. Warten wir auf den Bericht der BEU ab. Dieses Video ist nur eine Vermutung auf Grundinformationen teils aus erster Hand wiedergegeben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und immer schön die Hauptsignale beobachten vor der Ab- und Weiterfahrt. Euer der Eisenbahner. Ciao.